Willkommen zu den MyGecko Video Tutorials. In diesem Tutorial zeige ich Ihnen, wie schnell und einfach Sie eine Zeitschalt-Tour in MyGecko erstellen oder ändern können. In unserem Beispiel erstellen wir eine Zeittour für unsere Rollläden, damit diese von Montag bis Freitag morgens automatisch öffnen. Zuerst melde ich mich im System als Verwalter an. Anschließend gehe ich über das Hauptmenü in die Zeituhren. Über die Einstellungen oben tippe ich auf Elemente organisieren. Links erstelle ich nun eine Ebene mit dem Namen Rollladen. Die Ebenen werden hier nur zur Unterteilung und besserer Darstellung verwendet. Anschließend erstelle ich meine gewünschte Zeittour mit dem Namen Rollläden morgens auf und deaktiviere den Bearbeitungsmodus. Durch tippen auf diesen gerade erstellten Baustein können wir nun unsere gewünschte Aktion verknüpfen. Natürlich wäre es umständlich jeden Rollladen einzeln auszuwählen, deshalb entscheide ich mich für die Gruppenauswahl und die Gruppe Alle. Die Gruppenzuweisung der Rollläden finden Sie im Menü der Rollläden in den Einstellungen. Abschließend tippe ich auf die verknüpfte Aktion, wähle den Befehl auf Aus, hinterlege meine gewünschte Startzeit, zum Beispiel 6.45 Uhr und deaktiviere die Tage Samstag und Sonntag. Fertig. Die Zeittour ist sofort aktiv und lässt nun Ihre Rollläden morgens automatisch hochfahren. Sie können die Startzeit beliebig ändern oder können bei Bedarf die Uhr deaktivieren, indem Sie den Betriebsmodus auf Aus schalten. Zum Löschen der Zeittour gehen Sie zurück auf die Übersicht der Uhren, tippen oben auf das Zahnrad, wählen Elemente organisieren aus und löschen Ihre nicht mehr benötigte Zeittour.